Herzlich willkommen, liebe Freunde des Pfingstfestivals Schloss Bruneck im Jahre 2023. Ich bin Sophie Klusmann, ich bin Sopran und lebe in Berlin und habe die große Freude dieses Jahr, Artiste Etoile in Bruneck zu sein, ein wunderbares Kammermusikfestival, das Sie hoffentlich alle kennen und wenn nicht, müssen Sie unbedingt alle kommen. Das diesjährige Thema wird Mendelssohn sein, der so unfassbar tolle Werke geschrieben hat. Es werden ganz wunderbar Oktett, Quartett von ihm gespielt. Ich werde wunderschöne Lieder von ihm singen dürfen und wir werden auch eine wirklich fast völlig unbekannte Konzertarie von ihm aufführen. Wir werden ihm an die Seite stellen, Werke von seiner Schwester, von Fanny Hänsel, die auch sehr schöne Lieder geschrieben hat. Wir werden Sachen von Philipp Rassin musizieren, dem Composer in Residence, mit einer ganz interessanten Technik, so wenn Sie dann hören, ich werde singen und dabei einatmen. Also das wäre dann zum Beispiel diese Linie jetzt eine sehr wirkungsvolle Art des Singens. Also man hört was ganz anderes. Das ist ziemlich unheimlich, weil man währenddessen einatmet, aber es kann doch noch ganz andere Dinge ausdrücken. Ja, ich hoffe, Sie kommen alle. Es wird bestimmt sehr, sehr schön. Ich freue mich unglaublich dabei zu sein und grüße Sie alle herzlichst. Bis dann! Ja, ich hoffe, Sie sind schon sehr, 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 sehr. Amen.